Falls ihr irgendwelche Monster seht, das ist ne echte Monster, die müsst ihr kennen. Ja, also fangen wir an. Jo. Äh, Tommi mach du die Ansage. Ich nehm nicht mal auf. Ist egal. Dann machst du nichts machen. Ne, 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 ich mach alles klar. 3, 2, 1. Hallo NSB kommt zurück zu TTT immer noch mit denselben Mongos wie eben. Danke. Tommi! Ich wurde gezwungen diese Ansage zu machen. Andi, Andi. Was? Peter? Wenn ich sterbe, wenn ich sterbe, ist das Bunde. Ich stand so lange hinter dir. Ich wär sogar ein Trader gewesen, ich hätte dich einfach wegmachen können. Ich stacke. Oder? Nein. Eigentlich muss man die Folge mit was Guten beginnen, oder? Hm. So Arnold töten? Au, Arnold! Arnold! Tom war's. Unter. Dann sind sie beide weg. Okay. Beide waren innocent. Beide waren innocent. Ich kenne mich halt auf der Web nicht aus. Wie da bist du ich? Ich spiele hier zum ersten Mal. Wie komm ich eigentlich von hier wieder weg? Wer war's denn? Andi, 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 Andi. Also ich fühl mich grad so ein bisschen, wie du es versuchst kannst du nicht mit sonst was. Ich bin hier bei diesem Zug und komm hier nicht mehr raus. Ich bin auf den Schieben. Da bleibst du auch. Da kommst du nicht raus. In der Mitte ist so ne Treppe. Richtig? Ja, die wird nicht erst später angezeigt, aber da ist eine. Ah. Ah. Peter. Ich bin's nicht. Der hat gerade gekauft. Du willst noch einmal ne Plasma nach mir, ne? Alter, jetzt ist Feierabend. Peter, hi. Hi. Ups. Wow. Hast du auf mich geschossen? Ja! Hi. Ich bin scheißegal, ob Peter Innos denn war. Der hat nur da... Boah, fäng dich! Bist du durch den Nate gestorben, Annard? Weiß es nicht. Ich denke schon. Irgendeiner stand da gerade in Elkendix gemacht. Geil. Aber die war gestrackt. Direkt Score minus 8, egal. Ja, ich hab Minuskammer bekommen. Junge, der Score minus 8, der war sowas von Wert, Alter. Der war sowas von Wert. Ja, bei mir war er auch wert. Sebastian, da auf den Schienen stand ich am Anfang auch und dachte mir so, ja scheiße, wie komm ich jetzt hier weg? Das hat mich grad so ein kleines bisschen angekotzt. Bei euch geht irgendwie voll die Party ab und ich hock hier halt bei den Schienen und komm nicht weg. Moment, Annard, was hätte ich denn sterben sollen? Was für ne... Ja, weil ich nah dran war an dir mit meiner Plasma. Ich hab Monstere gefunden. Hä, was? Ich muss mich noch... Ich muss mich noch... War es doch bei mir und Tommy oder nicht, als wir rumgegangen sind? Nein. Ich nicht, wer war da sonst? Alter, wer verfolgt mich hier alles. Alter, alle 300 Leben. Wir sollen auch noch leben, was geht ja? Das ist klar. Oh, das ist klar. Kommen sie alle, gell? Ich bin hier weg. Hast du das noch was mir geschmissen, Tom? Nein, 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 nein. Er weiß immer Sache nach irgendwem. Verfolgt mich doch mal nicht alle hier. Und das Rücken geht später. Moment, an der Stelle... An der Stelle würde ich jetzt gerne wissenschaftlich... Oh, du fuck es nicht! Ah, Arnold! Ich hab nichts gemacht. Arnold, Arnold! Du hast das Fass angeschlossen, als ich vorbeigelaufen bin. Arnold! Hab ihn! Warte, 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 warte! Was zum Teufel geht da ab? Andi, 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 Andi. Peter, hast du dich hier? Was ist passiert? Was ist passiert? Alles klar. Er hat Arnold weggemacht. Ich hab Tommy weggemacht. Er ist klar, beide innocent. Junge, wenn du das spielig kapiert, dann hört auf zu spielen. Wer gerade Hey Dog gesagt? Ja, was? Ich hab grad so ne Textanblendung bekommen wie bei Half-Life. Hey Dog. Bunt ist es? Die sind beide, eh. Wo ist Bunt? Ah, da. Oh mein Gott. Ich hab' auf auf mich zu schießen. Lutz, hör auf zu schießen. Wer ist es denn jetzt? Alles klar, Bunt? Ja, der steht ja schon lange ablassen. Oh, das ist Peter. Andi. Da ist Bunt. Bunt ist es? Das ist mir klar. Schön. Da ist noch einer. Oh, leil. Leil, der Bunt ist nicht da auch wieder. Leck ist doch Arscher. Der ist nix mehr. Oh, die Munition ist alle! Nein! Bei mir auch! Sag mal! Das war super nice, Alter. Ich wollte eigentlich... Als Bunt so gesagt hat, wenn ich das Spiel nicht verstehe, hab ich mir so gedacht, alles klar, ist aber sowas von Traitor. Ich wollte eigentlich austesten, ob die Deagle auch bei 300 Leben noch ein One-Click wäre. Käse nicht. Wahrscheinlich, ja. Hm? Macht keinen Sinn. Die wird wahrscheinlich genau 100 damage machen. Ja, kann ja sein, dass die irgendwie 150 werden. Oh, Tommi, ich glaub das wird heute nix mit uns. Ne, ich glaub auch nicht. Weißt du, das ist die Rache einfach für Trials. Ich bin schon wieder... Wo kommen die? Ach, hier. Ach, hier. Oh, bei Bunt. Nee, das ist nicht richtig. Oh, ich put... Sebastian hat mich angeschossen. Ja. Hab ihn. What? Und weg. Und weg. Doppelläufig geregelt. Ich glaub nicht nach unten. Simon, du hast tot... Simon hat von vorne drauf geschossen. Ah, wir sind bei der Train Station jetzt. Ja, ja. Lutz ist hinter mir. Lutz ist noch hinter mir. Lutz ist noch hinter mir. Die Lutz ist weg. Die Lutz ist weg. Ja, ich versteck die gerade. Aha. Nee. Ja, es guckt mir drei Leute zu. Super versteckt. Aha. Andi lebt auch noch. Ja. Ich hab mit auf den Stuhl geschossen. Ich hab mit auf den Köcher geschossen. Und? Und? So, ich hab Tommi weggemacht. Ja gut, der war's nicht. Die hatte ich noch gut. Los. Ja. Könnt ich nur zwei Seiten aufhängen? Jetzt kommt der damit schon wieder, Alter. Irgendwann schieß ich wirklich, Alter. Andi? 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 Ich hab mit auf den Traitor geschossen. Da hinten ist ein ganzer Gang voller Blut. Und Andi kommt da raus. Ich denke, du bist sehr trastisch, Alter. So! Der Traitor getötet wurde, du Name. Das hat er sich verdient. Und dann, und gucken, wieder gefressen. Du! Lutz? Äh, wo seid ihr? Was macht ihr gerade? Oh! Ich treib grad Schindluder mit Tommis Leiche. Alles klar. Hinter mir wird gerade einer gemacht? Ja. Äh, Andi und Peter kommt da raus. Einer muss grad hier gemacht. Dann war's der Peter. Aber wo wurde denn einer gemacht, bitte? Nein, ich hab grad mit der Leiche noch vorliegen. Oh! Andi, bitte! Arnold? Äh, da hängt da einer, gell? Ja, das ist ein Traitor. Achso, das ist Sebastian, oder was? Mhm. Okay. Ah, hier liegt er! Hier liegt er! Was? Ah, Arnold, 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 Arnold. Soll ich da... Okay, der hängt da... Andi? Ja. Andi, 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 Andi. Also es ist Tommi, sagst du? Der ist tot. Den hab ich schon getötet und seine Leiche... Tommi?! Ja, seine Leiche geschändet. Sie liegt jetzt bei Monstern. Bist du aus dem Tommi getötet? Das hatte ich noch gut von der letzten Folge. Achso. Dann... Dann ist es... Dann ist es Peter, oder was? Nee. Der Bunte ist es. Ich hab den Trader gekillt. Achso. Aha! Aha! Peter! Nee. Peter, Peter! Der Peter! Ich hätte Bunte auch wegmachen können. Ich war die ganze Zeit hinter dem. Machst du gar nicht! Dann komm nochmal zurück in den Gang. Er hat Deathwing aktiviert. Warte? Hä? Hä? Nee, ich dachte... Dann muss er hier irgendwo... Ich dachte, du wärst Peter. Sorry, sorry, sorry. Wir haben keinen Landbringer aktiviert. Leute, ich seh euch die ganze Zeit da rumlaufen. Aha! Dann ist er mit Väter rum. Ich bin hier drin. Ja... Nein, ich bin kein... Ich bin industrial Junge. Lass mich in Ruhe. Das ist Andi, oder was? Das ist Arnold. Ja, einer von beiden. Oder du, Arnold? Nee, aber wer hat das... Ja, stimmt. Stimmt. Eigentlich müssten es nur Arnold... Aber ich hab doch die Reiche gefunden. Müssten sich nur... Müssten sich nur töten. Und dann... hätten wir ein Ergebnis. Dann machen wir den Kanal. Genau. Wo ist er? Da hier. Da den Gang rein. Ja genau, als ob ich jetzt alles reinkrieche. Nein, dahinten. Nein, nicht da. Durch den großen und dann hinter der Tür. Ja, guck mal, wie er da schon wartet auf mich. Ja, wir sind ja auch da, Arnold. Ja, wieso? Ich warte doch einfach hier. Arnold, wenn du innocenter bist, dann machen wir den gleich weg. Nein! Ich warte jetzt einfach hier. Bis die Zeit abgelaufen ist. Du gehst da jetzt rein. So, wenn du nicht rein willst. Arnold, da bist du halt der Traitor. Ich bin kein Traitor. Wie soll er so noch rauskommen? Alle hopp, rein. Ich bin hier drin, ne? Nicht Andi. Ja, deswegen. Achso, ja. Nur wie er schon da steht. Er wartet schon auf mich. Komm, jetzt geh da rein. Geh da rein. Okay, ich bin innocent immer noch. Und ich bin innocent. Dann muss einer von Andi oder Maschum sein. Na, Andi ist safe. Also musst du Arnold killen. Wenn du innocent bist. Ja. Komm, rein mit dir Arnold. Komm. Komm. Komm, rein mit dir Arnold. Komm. 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 Andi. Andi, nicht, 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 nicht. Okay, Andi ist es, Andi ist es. Alter ist das nicht so. Alter, lass mal die Leute auf die Seite. Ich hab's gewusst. Nice job, Andi. Aber Andi ist ja safe, ne? Das war nicht so. Andi ist ja safe. Andi ist aber safe, ne? Ich hatte keine Ahnung, ob Andi safe war, aber ich fand die Situation zu legal. Andi ist safe, auf jeden Fall. Ganz ehrlich, ich hätte so gerne Simons Gesicht gesehen, wie Arnold in den Raum läuft und ich dann Simon über den Haufen schießt. Das war schon ein bisschen erwartbar. Ich hab aber gedacht, das ist eine ziemlich geile Situation, wenn die sich jetzt fertig machen. Die haben beide nicht so richtig reagiert, wie Seth reagieren sollen. Lutz. Wenn einer Traitor gewesen wäre. Und du bist ein Arsch. Lutz. Ja schon. Du aber auch. Lutz, ich bin ja wohl safe, oder? Ich bin ja wohl hier der netteste Spieler, ja. Bin ich safe? Du bist der netteste Arsch hier, das stimmt schon. Aber, mein Gott. Wenn Simon sagt, irgendjemand ist safe, dann ist der hier nicht der Traitor. Der ist auf jeden Fall safe. Andi ist safe. Lutz. Andi ist safe. Alles klar. Arnold, fang die. Oh. Ich war gemutet. Achtung hinter uns. Achtung hinter uns. Aber ich glaube ich bin safe, oder? Weiß das wer, was der Button für Brain ist? Achtung hinter uns. Wehe du bist das jetzt. Was dann? Weißt du das Sebastian? Tötet Peter! Tötet Peter! Tötet Peter! Tötet Peter! Er kommt gerade aus dem Gang, wo zwei Leichen sind. Warten für das Brain. Fürs... Das ist ein Fe... Er kam es gerade aus dem Gang, wo gerade zwei Leichen liegen. Ha! Ja, danke. Jetzt weiß ich immer noch nicht welcher Buttonfit Sprayn ist. Toll. Toll Peter! Was ist der Buttonfit Sprayn? F. Nein, F ist Taschenlampe. Geh, hier. Geh. Ah. Okay. Jetzt fühle ich mich glücklich. Wir haben noch Arnold zu machen. Ja, ich weiß. Aber... Ich hab gerade die ganze Zeit AFK im Prinzip in einer Ecke gestanden. Hm, Sebastian hat mich angeguckt und der war voll nett zu mir und der wollte mir gerade sagen wie man sprayt und du holzt ihn einfach um. Das war überhaupt nicht nett. Boah, das war so frech. Ja, ich dachte der wollte dich jetzt irgendwie äh... Ja, hm, der stand ungefähr schon eine halbe Stunde vor mir gefühlt. So, jetzt werde ich mir erstmal Traitor Equipment kaufen. Ja, warte. Arnold, 2000 Meter dahinten. Das macht keinen Sinn. Haha, 2000 Meter Junge. Random Mart. Soll ich mal probieren? Er macht keinen Sinn. Er macht keinen Sinn. Oh mein Gott. Oh nein. Oh geil. Weiß ich auch warum. Ups. Oder, warte mal. War so dumm. Es war so fucking dumm. Oh scheiß random Mart, Alter. Hast du gerade Tommy wieder bedingt? Tommy? Ich verstehe jetzt nicht, was es jetzt abgeht, aber... Tut mir leid Peter, ich liebe dich. Ah. Ja. Da kam die Bestätigung. Arnold! Oh du Hund, Alter! Los Arnold! Los! Ja, ja. Los, ich kriege dich los. Arnold... Peter, wir können einen Deal machen, ja? Ich hole dich wieder. Du kackst Arnold weg und dann kann ich dich töten. Guter Deal, oder? Kauf mir nochmal einen Disguiser, dann weiß Arnold nämlich nicht, wer ich bin. Oh, er weiß nicht. Oh fuck, Mann! Da wenigstens das geholt. Peter! Peter! Ich hätte abdrücken sollen. Ich hätte einfach abdrücken sollen. Ich hätte den scheiß... Ich hätte den scheiß Randomarten nicht benutzt. Weil Arnold, ich musste es dir jetzt nochmal erklären. Ich habe den Randomarten eingesetzt, die wurden neu gerollt und dadurch ist Peter innocent geworden. Und dadurch muss ich ihn dann abknallen. Und einer der tot war, der ist traitor geworden. Ja. Achso, Tommy ist traitor geworden. Richtig. Wieso hab ich 20 Punkte? Weiße! Schau dir mal das Scoreboard an! Wieso hab ich Minus 17? Ich hab Minus 1. Ich hab Minus 14. Alter, what the fuck? Ey, warum hab ich denn jetzt aber noch Minus 17? Ich werde angeschlossen, Dutch, Dutch! Minus 17! Neuer niedriger Score, Mann! Ich muss wieder jetzt mal eben meine Punkte wiederholen. Deswegen mache ich gar keinen Schaden, Alter. Pfff! Kamer ist eine Witsch! Ah ne! Ich bin auf dem Weg zu der Peter, wenn er denn hier drüber wohnt... War, weiß ich wo er ist? Naja, weiß ich nicht, aber... Irgendwo hier wird er wohl sein. Ich hab ne Diege. Jetzt geht's los. Oh nein. Okay, dahinten wird geschossen. Bewaschung war es nicht. Arnold ist es 100%, die hat gefragt, wo geschossen wird. Oder da wird geschossen, hat er gesagt. Ja, du hast die Fässer kaputt gemacht, kann das sein? Oh nein. Arnold, schau, ist das Simon. Oh nein! Boah! Nutz war's! Es tut mir so leid! Geh mal raus, Simon! Kommt, mal denn da hoch! Ach so! Oh, ich war beschossen! Nein! Nee! Ist der im Gang drin oder was? Hast du ihn confirmed? Ne, ne! Ich glaub, er war im Gang. Moment, Ars Ja, an dir ist es Ich dachte gerade, er hat es da oben, guck mal links über dich Die habe ich gesehen, aber das ist nichts Okay An dir, geh weg Ich habe dir nichts getan Das ist jetzt suboptimal Das ist jetzt sehr suboptimal Ich weiß nämlich nicht, wo du bist Lass ja dein Trader-Kollegen oder dein Radar fragen Ja, sehr schön Ja, ist Sebastian voll gerockt, ey Bitte was, habe ich gewonnen? Ja, habe ich gewonnen Voll an und du so, ey, du hast ja die Fässer kaputt Und dann kam sie genau in dem Moment Alle Topic minus 14 Punkte, Alter Wegen dem Randomart haben wir jetzt alle Minuspunkte gekriegt Also ich muss ja sagen, ich freue mich überhaupt nicht darüber, dass ich gewonnen habe, weil das war die beschissenste Runde aller Zeiten Außerdem hat die Konkurrenz minus 14 Punkte Tschüss Meine längste Runde, die ich überlebt habe, war ungefähr eine Minute, ey